Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lila. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu Lila. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo, hier ist die Dela. Ihr seid hier gerade im Dela-Terra-Tour mit Flo-Dings gelandet. Und ich wollte eigentlich diese Folge nur aufnehmen, um euch zu erklären, dass dieses Format, so wie es ist, eingestellt wird. Aber es wird ein Nachfolgeformat geben. Das ist quasi eine Kombination aus Dela-Terra-Tour, dem ganz frühen Dela-Sarster-Cast und alt und verbittert. Und dieses Nachfolgeformat werden die Trenchcoat-Talkers sein. Das mache ich primär mit dem Hendrian. Aber da wird es dann auch Episoden geben, wo ich mit dem Flo über Bücher rede. Und die sind dann quasi die Fortführung des Dela-Terra-Tour-Podcasts. Nur, dass ihr euch nicht wundert, also es wird im Prinzip trotzdem weiterhin Folgen geben, wo ich mit dem Flo über Bücher rede. Es wird halt einfach nur in einem etwas anderen Maßstab und mit etwas anderem Konzept sein. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass in dem Dela-Terra-Tour-Feed nichts mehr passiert. Wenn ihr aber den regulären Dela-Sarster-Production-Sammelfeed habt, dann kommen da ganz normal die Trenchcoat-Talker-Folgen auch mit rein. Und ihr werdet dann entsprechend alles hören. Gut, das war's schon. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Treue und fürs Anhören. Bis dahin. Ciao. Eure Dela. Das war Dela-Terra-Tour mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela-Sarster-Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudor. Das goats Zudor ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank.